Musik Telefane Champagner, um dieses kühle, edle Haar wirklich zu unterstreichen. Telefane ist für mich ja gar nicht mehr wegzudenken, um dem Haar nochmal wirklich diesen intensiven Glanzbooster zu geben. Für mich einer der absoluten Top-Produkte, die ich im Salon habe. Ich kann es jedem nur empfehlen. Das eine ist oben die glänzende Textur und unten dieses Bohemia, ein bisschen Mohair. Ich soll ein bisschen diesen Use-Look auch geben. Verwendet haben wir als Telefane Skyline-Braun. Gemacht haben wir das auf einem großen Draht, haben wir so Afterlocken genommen und dann mit Alufolie befestigt. Kundinnen, die die letzten Jahre immer wieder gesagt haben, sie wollen keine Chemie am Kopf, kann man damit sehr gut entgegenwirken. Es ist wie eine Tagespflege fürs Gesicht, nur fürs Haar. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017